Was fällt dir zum Begriff Kindheit ein? Ich war an allem schulden. Du bekommst erst Abendessen, wenn du die Wahrheit gesagt hast. Aber ich war's nicht! Es sind diese Träume. Irgendwann bricht sie mir wieder zusammen. Warum, Maddie? Warum hast du das getan? Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern. Ich will mit dir spielen, Maddie. Komm, spielen! Thomas ist tot! Er ist vor über 20 Jahren gestorben. Wen hab ich dann gesehen? Niemand. Ich hasse dich, Thomas. Madeline, lass deinen Bruder in Ruhe. Lass deinen Bruder in Ruhe! Ich hasse dich. Madeline! Madeline! Ich kann es mir selbst nicht erklären, aber ich hab ihn gesehen, das musst du mir glauben, bitte. Ich halte es für das Vernünftigste, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Das können wir nicht, nicht jetzt. Natürlich können wir das. Du, vielleicht, ich kann es nicht. Ich muss herausfinden, was du willst. Hallo, Maddie! Was hast du getan, Madeline? Er ist hinter mir her, weil ich ihn umgebracht habe. Sie wollen bloß die Polizei anrufen, damit die mich verraffen. Ihr Mann hätte mir was gezahlt. Was haben Sie mit Martin gemacht? Nein! Kommen Sie zurück! Da dürfen Sie nicht raus! Was haben Sie durch? subsidiär Robot! Ja! Ich bin we rhythmisch! Wir związ Untertitelung des ZDF, 2020